Hallo, es geht weiter mit Splatoon 2 und zwar mit dem Boss von Welt 3. Ja, das hat sich gereimt. Also muss es wahr sein. Ja, wir zocken ein wenig und ich habe jetzt das erste Mal die Faust des Splatoon 2 gehabt. Vielleicht bin ich dieses Mal nicht so kackig wie letztes Mal. Oh, eine Waffe, die ich spielen kann. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Waffe spielen kann. Das stimmt nicht. Eine Waffe, die ich besser spielen kann, als die Sniper. Okay, ähm, hallo du. Hi, pervers. Oh, shit. Hallo. Oh, lichty bicht. Oh, oh. Oh, shit. Er ist vierkig. Oh, oktoberressort. Wieder da. Splatoon 1, oh mein Gott. Was ist los mit dem? Ey, du bist ein ganz normaler Boy, oder was? Was ist los mit dir? Oh mein Gott. Er hat Alufolie. Oh, shit. Hi, mein Freund. Oktopressor Neo. Hier musst du aufpassen. Hab ich gesehen. Dann schnell mich wirklich weg. Oh, der kann schießen. Ich wusste nicht, dass der schießen kann. Auf damit. Ein Problem. Oh, holy shit. Ha. Ja, heftig. So, ich hab mal ein Schild wieder. Huch. Hade ich ja vergessen. Ich kann ja coole Sachen machen. Ja, genau. Ich kann ja... Ich kann ja so ausreichen damit. Oh, ja, geschafft. Endlich. Komm, noch auf mich zu. Du langsameres Stück Dreck. Äh, äh. Jetzt kannst du mit dich zu her. Tschüssi. Und was geht noch weiter? Bläh. Oh, und was noch da jetzt? Oh, shit. Uh. 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 Guck her. Schau zu mir. Das ist halt etwas knapp. Hey, da ist... Ich glaube, das ist irgendwie so ein, äh, von irgendwie aus Japan, so ein typisches Alufolie und nicht Alufolie. Wie heißt es? Das, wo Sachen kalt hält oder warm hält. Das ist, glaube ich, so, irgend sowas aus Japan wahrscheinlich. Aber nicht diese, also dieser Sticker, den man da drauf gesehen hat, wie der Pinguin. Mal schauen, ob man ihn noch sieht. Oh nein, das Teil ist ja weg. Oh. Und das war's. Was ein Nu. Na, nice. Tschung. Pum. Oktopressor wieder am Drücker. Alles klar, das war mal drei. Schön. Es ging ja ganz flott jetzt. Nummer vier. Ich muss dir erneut danken für alles, was du bisher gereicht hast. Es ist an der Zeit, dass du etwas erfährst. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich dich um Hilfe gebeten habe. Ich habe dir gesagt, dass wir den Riesenelektrowess zurückholen müssen. Aber das ist noch nicht alles. Die Wahrheit ist, Aioli, die andere Hälfte der Sea Sirens, ist am selben Tag wie der Riesenelektrowess verschwunden. Wie? Das hast du gewusst? Na gut. Also auf jeden Fall bin ich Nummer zwei der neuen Aquamarine und Aioli ist Nummer eins. Dann gibt es noch Nummer drei, gerade unterwegs mit unserem Opa, Captain Kuttelfisch. Die werden allerdings never wieder weg sein. Und während ich hier als Ersatzkäpt'n am Ruder war, ist das mit dem Riesenelektrowess passiert. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher davon erzählt habe. Aber du warst eine große Hilfe Nummer vier. War das Nummer drei dann irgendwie von diesen einen DLC-Dings? Die Person? Ich weiß, dass wir Aioli finden werden. Hilfst du mir auch weiterhin? Geht. Eck. Geht weg! Was? Stellt da wieder jemand uns in den Empfang? Lass das gefälligst oder Nummer vier wird dir die Tentakel langziehen. Okay. Oh, oh, oh! Yo! Puff! So blick gehen da immer ziemlich günstig die Teile kaputt, sonst hätten wir Probleme. Erst kurz hier hin und wechseln. Ich habe es übrigens rausgefunden, wo ich die Waffen verbessern kann. Sieht halt... Ja. Das sah so komisch aus. Weil... Weil die so halb gefüllt sind, die Balken, bei der Verbesserungsmaschine. Da dachte ich, die muss man anders verbessern. Aber na gut. Egal. Ich habe eh nicht annähernd genug Fischeier. Oh shit. Klibber. Garnison. Ja. Gut. Ähm. Jetzt müssen wir mal rumschauen. Wie wir jetzt am besten Level freischalten. Ich weiß gar nicht, was ist denn... Wo bin ich jetzt... Hier. Ähm. 16. Perfekt, das erste. Da gehen wir gleich rein. Oh, da unten war was. Okay, das ist das nächste Level hier. Dann können wir auch rein. Dann müssen wir mal schauen, wie viel Zeit wir noch danach haben. Ob ich dann vielleicht ein paar Level einfach nur freischalte. Es sind Puppels. Ja. Ja. Oh, ich kriege die nicht so einfach kaputt. Ah, ich verstehe. Oh, muss die richtige Ort ankommen. Dann geht's der Computer. Aber ist mir egal, weil ich so einfach ausweichen kann. Die können wir eh nicht viel. Das hat eine andere Farbe. Stopp. Shit, kommt das nochmal? Das hat einfach eine andere Farbe. Da war bestimmt was drin. Wiederholen die sich. Mal schauen. Ups. Hab das mal. Ja. Da. Ich glaube, ich habe einfach nur viele Fische dafür bekommen. Ich weiß es nicht. Oh, wer rührst du? Oh, fast weggeboppelt. Du, 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 du. Oh nein, was soll ich mir tun? Oh. Oh. Du, du, du. Du, du, du. Ja gut. Eigentlich ist es mit der Waffe. Die ist etwas stark. okay aber gut als ich weiß nicht so ist ja was nicht versteckt nur ein paar tote gegner gleich da sieht er einfach mehr zu wissen fische ballons so ich will es mal vergleichen ja die einzelne einfach nur viel mehr wert also nichts allzu besonderes immer mehr immer aber nicht die aufgeben wieso aufgeben was glaubst was ich bin so ein kackboden nummer ein fall da war einer das ist ja das bewegt sich jetzt dass ich davor anscheinend schon dabei schlimm ich will euch bitte die richtung schau das nicht was soll ich jetzt machen einfach durch ist egal okay okay das war doch jetzt einfach kurz schnell hoch ich bin doch nur schnell hier durch ihr stinker und die wüsste wieder da kommt bleibt ja ich nach das ist eine unendlichkeitswüstung sehr für noobs nämlich was soll das denn es geht doch nicht und weg da einfach weiter geht's weiter geht's weiter geht's ich muss nicht verstehen da muss ich einfach nur warten bis okay das war es schon ich muss kaputt machen dann so schnell die wirklich weiter oder wie das war natürlich mit voller absicht um natürlich mehr fischeihe zu bekommen ich meine es weiß man so ist doch gar nicht da warten oder wir können auch einfach so durch da hinten ist dann hier weiter zu schaffen aber ich kann auch einfach ich hoffe mal dass es geht einfach weiter ohne mich zu zerquetschen easy ich muss sich die dann auch kaputt schießen und vielleicht ein bisschen mehr zeit zu haben aber nein ich wäre dann viel zu weit weg ja das sekret haben letzte auch ich hätte einfach die jackpot hier nehmen können alles klar wie ich die krieg die selber gut dann muss ich jetzt wohl warten das war nicht gut genug ich dachte dass sie etwas schneller sind war wohl nicht so schlau hier könnte ich über drei fischer ja farbe die auch so viel vielleicht doch da ist einfach wahrscheinlich ja ich war schnell aber ich einfach hier lang ja ich bin jetzt doch gar nicht so schwer an die scrolls kommen hier unten ist nichts alles klar schauen wir mal die sind ganz schön flott hier drauf der blöden fischer ha 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 oh rüstung einfach tue es mir egal weg mit dir und wieder hoch warum man hüpft doch so komisch egal ich habe es geschafft wobei der ballingbahn irgendwas ich habe den anfang nicht gelesen von dem titel toll warum lese ich das ende nicht den anfang ich weiß es nicht intermesser der ballingbahn ja ich habe den fischding jetzt nicht bekommen aber es egal gesucht fischeiersammler keine berufserfahrung nötig alter und lebenslauf egal kinder leicht geld verdienen schnappt ihr eine freunde bewerbt euch gleich gemeinsam könnte etwas lebensgefährlich sein aber sonst nichts in dem spiel wird ja nur gesplattet man stirbt ja nicht darum alles klein problem alles kein problem alles klar da wäre schon das nächste wie viel zeit haben wir denn nicht genug für noch ein level dann kann ich ja jetzt erstmal kurz ein paar level freischalten ich bin noch nicht mehr ganz runtergeflogen egal die technik so was kriegst du mich was ging hier ich will jetzt einfach mal ein paar level freischalten da hinten vielleicht ich bin schon zu spät oder viel zu spät egal wo muss ich denn jetzt hier ist der boss 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 ich sehe es genau ho 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 nice wie viel habe ich noch ok hier sind zwei weitere frei gedienst da fehlt jetzt noch noch zwei ok wo der du wo du 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 ich du wache du wache du Boah, ich mag diese bouncy Dinger. Die sind voll cool. Und vernichtet. Gut, dann haben wir all die Level freigeschalten schon mal. Für das nächste Mal. Die zwei haben wir schon gemacht, richtig? Nee. Das habe ich noch nicht gemacht. Gut, dann kommt das als nächstes. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, dass ich die Folge jetzt erstmal beendet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.